einen schönen guten wohnschul gewünscht sind wir dann bei einem neuen match play um äh andere skin dadada ja match play aka joker dann du machst ihn dort im muggol nur langer zeit hat doch kein zu sehen ich kann nicht spielen ach so viel machen wir haben ola 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 dinge gespielt ola balthasar what the fuck wenigst ja wir haben relativ viel am kreativ gemacht ach komisch du hast nur die meisten geschehen jetzt geh mal mal panna geh mal mal panna ich will doch gucken ich will doch nicht gucken wir gehen um wo es hier gestaltet geht das ist wie das ist wie das ist wie ist wie das ist wie das ist wie das ist das ist wie das ist wie das ist offen mein ähm neu ähm sendung muss mein konzept muss machen mein 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 das ist wie wie nicht ich hoffe tatsächlich dass die Leute gefällt versuch versuch tatsächlich mein 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 so wie ich auch drüber denken und all die Sachen versuch immer nach relativ neutral zu bleiben obwohl man denkt ich meine es kann ja nicht neutral sein aber versuch so weit wie möglich ist über mein Meinung eben schüßt dora fleißen zu losse und ja ok so aussieht dann dementsprechend und ja ok cool ja die bester muss leider sind einfach nur mit kille geht natürlich obwohl mein schwert ist so gern wir gehen doch anscheinend nach einer Verzauberungen können ein legendäre minecraft video gelebt ja und ähm mein Meinung ich weiß das wird ok wir können das schon am Vierhaus abholen weiter am Vierhaus ich hoffe dass es relativ gut ok und das bleibt dementsprechend ähm auch mir dann schreiben also ja ok das war cool und das war nicht so gut das war nicht so gut wenn du wirst mal so am kaput hätt ich mal so will es alle ähm alle zwei Wochen mal so raus zu bringen wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du das 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 vielleicht ja raus oder das ähm ich weiss nicht wenn du relativ viele kommentare kommen dass ich dann ich weiss nicht ob es tatsächlich zu machen so und einfach mal so und ich dann ein Video machen dann wirst du dann wirst du dann wirst du dann wirst du dann abholen ein schlimmer paar Sachen wir nehmen ab dann haben noch wenn du viele kommentare kommen generelle kommentare dass ich dann kommentare die dementsprechend dann eben so beantworten eigentlich aber auch die nur Verzüge und das alles wirklich an Planung du musst tatsächlich gucken wie die leute reagieren ob die Video wäre cool wenn ich tatsächlich so geht um an das ist wenn ich so ist wie ist ist das aber da muss man gucken um ja ich kann auch mit Kritik um nach Ich habe keine Angst, dass ich nicht mehr weiß, dass ich nicht mehr weiß. Ich kann auch nicht mehr Kritik an! Ähm... ...Metall brauche ich. Ich bin tatsächlich ein bisschen von dem, was ich holte. Hm, cool. Ich habe die aber schon noch früher. Ich habe tatsächlich gewollt für, ähm, Dinge bisschen, äh, kurz bisschen Anschluss zu machen, gebaut sein. Ne, da könnt ihr stehen hin. Da könnt ihr definitiv stehen hin. Ihr habt es ernsthaft schon, die Hühner gebaut wie ich da stehen will, du, wier, du. Okay, mit einiger. Sorry, dass... ... das ist ja scheiße. ... nicht laufen und die... ... die Fensteren... ... brauchen wir Kobbelz daun! Ja, Cobblestone. Wo muss ich das machen hier? Ach, schluss den hier. Geh mal hoch, wohl. Vielleicht machen. Nee? Was ist das denn? Guck mal. Hop, 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 hop. Da brauchen wir mal zu machen. Sind wir ehrlich. Da brauchen wir mal zu machen. So muss ich das schon gut machen. So muss ich das schon mal verstehen. Das ist so gut. Hop. Das sieht besser aus. 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 Ja. Natürlich ist die Giftern. Oh, hier wäre wir abgerufen worden. Oh, guck mal. Was da? Oh, geil. Tatsächlich habe ich das aufstechen. Kann mich da zu sinnlos sein. Nein. Ihr seid kein Gas. Sorry. Ihr seid kein Gas. Das sieht gut aus. Ihr seid kein Gas. Ihr seid kein Gas. Ihr seid kein Gas. Und dann, wenn du das mal rauskriegst. Dann, wenn du das mal rauskriegst. Dann, wenn du das mal rauskriegst. Und dann... Dann, wenn du das mal rauskriegst. 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 Da, wenn du das mal rauskriegst. Dann, wenn du das mal rauskriegst. Ich brauche... Ich brauche... ...ehm... ...musten stehen brauchen, ist ja cool. Also... Ah, Metal von Feinstein. Das muss ich gerade tun. Wiedersehen. So... ...mullet wie ein deutscher YouTuber. Das ist ein deutscher YouTuber, wo ich denke. So, what the fuck. Wie war das gut bei dir? Weil die nennt sich, ähm... Drachenlord. What the fuck. Warte, mach ich das noch fertig. Ja, anders noch fertig. Und da war das wieder. Tschüsskowski, und ein...